Atlantis naja egal wer mal weiter nach unten ja ich ich versuch grad den roten Slime zu killen ja spring auf mich drauf weg ekelige Taktik hier egal wir wollen uns einfach weiter kannst ja anfangen ich versuch mal irgendwie ein bisschen weiter zu gründen mach ich mir grad irgendeinen Höhlen, dann macht mir grad ein bisschen Spaß Ich dachte du bist tot? Nein, ich lebe noch. Ich bin 2 Meter entfernt von wo du gestorben bist. Ach du Kacke. Ein Alien! Jetzt im Ernst? Ja. Nee, ist ein Skelett. Noch schlimmer. Es gibt eine Rüstungsstattung. Dafür brauchen wir 100 Steine. Ich machs. Wir haben eine Rüstungsstatue. Was musst du dafür machen? Cool! Rüstungsstatue kann platziert werden. 100 Steinblöcke. Bringt nichts. Ich hab das hingestellt, aber macht nichts. Kommt auch genau so, dass ich wieder abbauen. Hm, äußerst bemerkenswert. Kann ich mit der Rüstung draufschlagen? Erstmal guck ich jetzt, was das Bruchschild hier bringt. Ich hab eben ein Schild. Das Schild würde ich echt liebend gerne mal hier hin platzieren. Oh Mann, ich versuche mir hier gerade als Sniper, aber... ... Hm. So, ein Skelett schieß ich auch schon auf dem Kopf. Oh Mann, das kann was werden. Juhu! Juhu! Du, ich glaub ich hab grad was Wertvolles gefunden. Hast du? Warte, ich gucke das. Das sieht aus wie, irgendwie wie Diamanten halt. Oder Kristalle, irgendwas. Oh! Wird schon gucken. Ähm, abbauen, abbauen, abbauen. Ich sag vier. Also ein Diamant. Cool. Vier Stück. Ich könnte uns eine Silberziegel machen. Eine Halfbombe! Eine Haftbombe! Cool! Hä? Ich mach uns jetzt eine Haftbombe! Das ist langweilig. Nein! Also auf jeden Fall, wir haben uns doch die Freunde die ganze Zeit immer beschwert von wegen... Oh, ich hab Gold gefunden! Und ich hab ne Haftbombe! Ich hab Gold gefunden! Und ich hab ne Haftbombe! Das ist Topaz, das ist bestimmt auch ne Goldart. Ich würde echt mal gerne wissen... Ich hab mir schon mal lang keinem Gegner begegnet. Es ist Tag, also... Ne Fledermaus! Ne Fledermaus! Ne Fledermaus! Ja, jedes Mal wenn auch schon zwischen die Augen gekommen, hab ich schnell gekillt. Ja, blöd! Lief nicht doch immer in ne Wand! Oh man! Oh man! Oh! Ich bin nach unten geflogen! Irgendwas... Irgendwas Großes! Es sah aus wie so ein weißes Lein, als ob der so riesig wär! Oh man! Ich hab jetzt erstmal keinen Bock! Auf die Höhle! Egal wer geht morgen runter! Juhu! Kevin nicht! Ja! Ja! Harley! Ist Kevin tot oder was? Ich bin der Ersatzmann! Markus, du musst das Schild lesen! Was Schild? Wie mach ich das? Markus hat... Ja! Alle haben's gelesen! Alle haben's gelesen! Yes! Du brauchst es gar nicht zu ändern! Du brauchst es gar nicht! Nein! Du brauchst es gar nicht zu ändern! Mann! Die Zuschauer sehen ja wie schnell ich schreiben kann! Wie jetzt? Was hast du dafür... Oh! Eiskalt vom Slime ein... deckelt hier! Was hast du denn jetzt hingeschrieben? Aber lass mal so! Es gefällt mir! Java darf ich hier auch unter dein Facebook Account verlinken? Nein! Hier Markus! Die Statue! Die Statue! Die Statue! Und wie viele Klicks haben wir eigentlich schon bei MarioCard? Pfff... Ich glaub bei Port 1 waren 30... Das ist jetzt nicht unbedingt die Weltnummer... Aber... Ein paar... Ja... Und dafür dass es schlechte Quali ist... Also... Beziehungsweise... Ton-Quali... Wenn man's gar nicht hören kann... Oh... Warum will ich jetzt schon mal nach unten? Naja... Was? Und wo wir gefailt hatten... Oh... Oh ja... Kannst dich wieder erinnern? Ja... Das machen wir demnächst auch mal wieder weiter... Jo... Das steht auf meinem Kanal... Ach du Scheiße... Vogel! 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 Ich greh dich! Ich greh dich! Du Scheiß Flattermann! Ey warte! Nein! Ich greh dich immer noch! Nein! Ach man... Fell! Ein Flattermann hat mich ausgetrickst! Ich renne jetzt mal in eine andere Richtung! Was? Nein! Wir wollten bauen! Ne und was? Ähm... Oh... Kann man sich eigentlich einen Armcraften? Ja... Ja? Ja... Also... Da verbräuchte man mehr Eisen... Weiß nicht wieviel du hast? Ähm... Ich hab drei... Amethylist... Oh mein Gott... Ähm... Silbererz hab ich drei... Topaz hab ich drei... Ähm... Ach du... Du kannst einfach mal gucken was... Ähm... Also was man jetzt... Lebenskristall... Egal... Dann guck einfach... Also was man daraus machen kann! Eisen Erz 5! Äh... Ich war zu gespammt... Jo... Also Markus... Ich müsste bald aus... Ja... Jaja... Ich weiß... Ich guck schon halbwegs auf die Uhr... Dass wir denn so circa 2 Minuten los machen... Nicht dass wir... Wie vorhin... Weg warste... Ja... Kannst dich nur dran erinnern vorhin? Ja... Weg warste... Nein... Doch... Du schwingst den Hammer... Ähm... Wie hab ich die Fackel weggemacht? Woah... Stimmt doch... Ich hau den da weg... Fucking... Ich mach da einen grauen Ziegel hin... Äh... Ah... Ich hab die Spitze hier... Was ich jetzt noch machen würde... Ja... Und? Was war? Wirst du gleich sehen? Gut... Fack der Deck... Es wäre aber echt toll... Wenn du da... Vielleicht mal das wegkauen... Würdest... Ja... Machste grad... Wir haben einen Riss in der Decke... Oh... Sorry... Ey... Du machst unsere Hauswand kaputt... Hauswand... Haha... Wand... Noch eine Minute... Mal gucken, was du schaffst in der Zeit... Ähm... Das soll jetzt aussehen, als ob das unser Dachboden wäre... Und das ein bisschen kaputt wäre... Und wollen wir uns da nicht noch ein paar Spinnen dazu hinkleben... Wenn's geht... Kannste machen! Kann platziert werden... Und wie? Da fachst du mich? Ah... Ich hab's geschafft! Guck mal oben in der Ecke... Sieht doch episch aus! Ah... Ja... Mach's kaputt! Sieht doch bis jetzt... Äh... Schön aus! Mega episch! Epic! Puh... Ähm... Ja... Tu... Stellst dir schon eigentlich einen epischen Abgang vor? Wegen Uhrzeit? Nö. Nö? Niemals. Was ist Urshalt? Dann mache ich was. Markus, du musst das Schild nicht wieder ändern. Jo, unser Gruseldachboden ist fertig. Junge, der sieht echt cool aus. So, das habe ich jetzt geschrieben. Warte. Mokko hat einen großen Proton rüber. Ich glaube, ich würde sagen, Tschüss Leute, bis demnächst. Daumen hoch und kommentieren. Oh. Warte, ich fange mal von vorne an. Tschüss Leute, bis demnächst. Daumen hoch und kommentieren wäre echt cool. Ähm. Warte. Warte. Eine Minute schon zu viel Schrott. Gibt es jetzt noch was hin oder was? Robby? Äh, warte. Hol es. Äh. Und los. Okay. Was sollst du jetzt machen? Ich habe da noch was in den Krim. Wui. 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 Wir hören uns. Demnächst bauen wir ein Ambus. Okay, okay. Ciao, ciao. Vielen Dank.